So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Ich bin krank, immer noch. Es wird von Tag zu Tag schlimmer. Wir haben wieder ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet, deswegen einfach nur ein kurzes Video Dienstag hingerotzt. Dann habe ich meine Ruhe bis Mittwochfrüh. Es gab eine Abstimmung im Community-Tab und ich habe gefragt, was würde euch mehr interessieren für eine Verlosung. Das neue regionale Pokémon Ressladero, was es jetzt in Mexiko gibt, oder Gierspenst, weil nicht jeder hat eine Switch oder kennt jemanden mit einer Switch. Und wenn die eine Switch haben, haben die vielleicht nicht Kamesin und Purpur und so weiter. Deswegen wäre vielleicht Gierspenst interessant, aber auch Ressladero. Es war sehr deutlich, die Leute wollten unbedingt Ressladero haben, aber keine Sorge, die Gierspenster werden auch verteilt. Das heißt, ich werde versuchen, jetzt diesen Dienstag dieses Ressladero-Gewinnspiel zu machen, weil wir auch ein legendäres, starkes Hunderter bei Max Out Monday gepusht haben. Da passt ein kräftiges Ressladero als Gewinnspiel auch dazu. Und nächste Woche bei Max Out Monday gibt es was ganz Besonderes im Zusammenhang mit Gierspenst, wodurch dann ein Gewinnspiel mit Gierspenst am Dienstag irgendwie Sinn ergibt. So, deswegen jetzt aber erstmal Ressladero-Gewinnspiel. Fünf Ressladero werden verlost, also fünf Leute haben dann die Möglichkeit. Danke übrigens an meinen Glücksfreunden, der mir das rübergetauscht hat als Pokédex-Eintrag und so weiter. Aus Queretaro, Mexiko. So, 14, 14, 14, richtig cool, Fußkick, Flying Press. Ich finde das cool, endlich mal ein Wrestling-Pokémon. Im Hintergrund seht ihr auch schon ganz fett, das Shiny, aber das gibt es ja noch nicht in Shiny, lasst euch davon nicht auch irritieren. Gewinnspiele laufen bei mir natürlich immer so ab. Es gibt ein Gewinnspiel-Video, nämlich dieses hier, was ihr jetzt seht, das kommentiert ihr. Unter diesen Kommentaren wird dann ausgelost in einem Stream, nämlich am Montag. Das heißt, Dienstag ist das Video da, Montag ist die Verlosung. Ihr habt also eine Woche Zeit mitzumachen. Ihr habt, wenn ihr das heute nicht seht und erst am Donnerstag seht, oh, da gab es ein Gewinnspiel-Video, könnt ihr immer noch mitmachen. Weil die Frist ist bis Montag 21 Uhr. Montag machen wir immer Chill mit Ramses, der Livestream am Montagabend ab 20 Uhr. 21 Uhr machen wir dann immer eine Verlosung. Ihr müsst bei der Verlosung auch anwesend sein, wenn ihr gezogen werdet. Das ist wichtig. Da gab es in letzter Zeit, in der Vergangenheit, nämlich auch schon mal Probleme mit irgendwelchen Fakern, die sich dann für andere ausgegeben haben. Am nächsten Tag kamen die Leute, ey, hier, ich habe gehört, ich habe gestern gewonnen, kann ich es jetzt ab, oder war es schon weg? Damit das nicht passiert, deswegen immer gleich so, 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 so sie, sau, und dann passt das auch. Also, hier drunter schreiben, eine Woche Zeit, Montag, 21 Uhr, Verlosung, sei dabei. Was müsst ihr tun, um zu gewinnen? Eigentlich nicht viel. Schreibt einen Kommentar mit folgenden Angaben. Erstens, eurem Nutzernamen, damit ich das auch zuordnen kann, wer ihr seid. Achtet darauf, dass ihr euren Nutzernamen selbst auch richtig schreibt. Und nicht sagt, ich heiße Hans Dieter. Und dann plötzlich meldet ihr euch, oh, ich habe gerade gesehen, ich heiße eigentlich, äh, Carsten Stahl, ne? Und dann denkt ihr, hä, aber da steht doch Hans Dieter, ne? Ja, das, da habe ich mich vertan. Ne, das sieht dann schon wieder kacke aus. Erstens, also, Trainer-Name, damit man weiß, wer ihr seid. Zweitens, eine Frage, und zwar, wie heißt die größte Wrestling-Live-Großveranstaltung, das Premium-Live-Event, was jetzt im April auch wieder ansteht, was einmal im Jahr ist, von der WWE, vom World Wrestling Entertainment, wo wir gerade in Bezug zu Wrestling sind, viele Wrestling-Fans wissen das sowieso. Wer kein Wrestling-Fan ist, der kann ja auch mal googeln, WWE-Großveranstaltungen, WWE-Großveranstaltungen, was da jetzt im April kommt, oder generell, was die Heimat der WWE ist, was die Geburtsstunde, was die größte Wrestling-Live-Pay-Per-View-Großveranstaltungs-Premium-Live-Event ist, ne? Das als zwei, als drittes, hab ich keine Ahnung, deswegen schreibt da einfach den Hashtag Resslardero, Hashtag Resslardero, aber schreibt alles groß bei Resslardero, das möchte ich jetzt so sehen, und dann sind wir eigentlich schon fertig. Mehr ist es nicht, also, ist eigentlich nur eine Angabe, die ihr selber wisst, ein Hashtag, der offensichtlich ist, was gefeiert wird, weil der neu ist, und ein was, was man einfach googeln kann, oder was man sowieso schon weiß, weil Resslardero ein Wrestler ist, und deswegen da auch das gut dazu passt. So, habt ihr schon ein Resslardero? Würdet ihr gerne ein Resslardero haben? Wie findet ihr das Pokémon? Das könnt ihr ja optional dazuschreiben, aber bitte die drei Punkte, am besten auch untereinander geschrieben, Trainername, dann die Antwort auf die Frage, und dann der Hashtag Resslardero. Das war's, wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise wir sehen uns am Montag bei der Auflösung. Fünf Leute können gewinnen, und viel Glück, auf jeden Fall. Ihr braucht 20.000 Sternenstaub für den Tausch, und das war's. Das war's, das war's, das war's. Scheiße, fünf Minuten, ich muss raus. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Tschüss. Das war's. Vielen Dank.